Wenn Sie die Saune schon als Bild im Internet rausgesucht haben, dann sind Sie natürlich bei uns genau richtig. Hallo! Du kommst alle zu uns, bestimmt. Dann melden Sie sich bei uns, bei der Feuerwehr, bei mir oder wie auch immer. Donnerstagabend ist Orchesterprobe, dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Also alle Jugendlichen, ich sag mal ab 10 Jahren, natürlich auch die Jugendlichen, die Erwachsenen sind da angesprochen. Wer also seit 20 Jahren ein nicht benutztes Hühlenhorn zu Hause auf dem Dachboden hat, ist recht herzlich eingeladen, das zu entstauben und vielleicht bei uns mitzuspielen. Also eine herzliche Einladung, kommen Sie zu uns, schicken Sie uns, Ihre Kinder, wir versuchen Ihnen etwas beizubringen und dann sitzen die irgendwann auch in diesem wunderbaren Orchester. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020